Zurück bei Call of Duty Ghosts und wir bewegen den Stuhl weiter. Was soll ich denn hier machen, hör mal? Ah, super. Das war wohl eher nicht so gut. Wo muss ich denn hin? Ich lauf einfach mal hier lang. Also ich hab mir gestern mal einen Grafikvergleich von Call of Duty Ghosts bei den neuen Versionen, also PS4, Xbox One und jetzigen Versionen und PC-Versionen angeguckt. Und ich muss sagen, also auf PC beziehungsweise auf den neuen Konsolen, Respekt, da sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Wenn du mich hörst, versuch die Absturzstelle zu finden. Wir sind auf dem Hügel. Unten und leise bleiben. Dann findest du uns. Du kannst es schaffen, Juhl. Weiß du, Herr, das ist das. Wenn ihr ein BIM, das ist leicht. Aber ich lag schon mal falsch. Wir haben noch ein paar Kräuter unterwegs. Das war jetzt nicht so mein Ziel, aber wenigstens haben wir jetzt schon mal zwei Waffen mit Schalldämpfer. Konnte denn ahnen, dass die scheiß Bastarde sich auf einmal umdrehen? Eine Gruppe näher liegt an der Position. Verstanden. Pass auf dich auf. Das war ein Kopfschuss. Hier ist aber noch einer. Ah, da vorne. Das war's. Oh, hier ist auch noch einer. Da. Komm her. Was ist er denn? Was ist er denn? Mussten die beide nicht genau vor mir sein? Da sind sie. Kopfschuss. Da vorne ist noch einer. Oder mehrere. Scheiße. Oh, da ist eine Gruppe. Da. Da ist einer. Okay. Wo sind die denn? Müsste ich die nicht sehen? Ah, da. Gott. Drei Stück. Wenn ich schnell bin, dann kriege ich die. Sollen wir es riskieren? Ja, komm. Wenn jetzt mein Aiming nicht so grottig gewesen wäre. Wie kann mich denn jemand... Hä, wieso war denn einer hinter mir? Alter. Konnt der denn auf einmal hinter mir sein? Ach, hier komm ich gar nicht lang. Muss ich jetzt dem Weg folgen, oder was? Okay, haben wir. Momentan ist keiner auf dem Radar. Oh, was ist denn hier los? Oh, Mann. Hier kann ich nirgendwo durch. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier sind wieder welche. Okay, okay. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Wie hat der mich bitte gesehen? Mal ernsthaft. So. Oh, da kommt auch einer. Da sehe ich ihn. Da ist er. Ja, komm was näher. Ja, komm was näher. Ein bisschen noch. Okay. Kurz mal am Radar. Hier vorne ist noch einer. Oh, hier ist er. Woher wusste der das bitte? Der hat sich schon umgedreht, als hätte er mich gesehen. Der steht mit dem Rücken zu mir und sieht mich. So ein Quatsch. Das ist ja schon erledigt. So. Gucken wir mal hier hin. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Und das mehrere? Nein, nur der. Wo ist er denn? Oh. Kann das Teil mal aufhören zu piepsen? Vielleicht entdecken die mich genau deswegen. Ich bin da, Freunde. Ich bin da. Braucht euch keine Gedanken machen. Vorne sehe ich einen. Okay. Können mich aber nicht gesehen haben. Die haben wahrscheinlich gesehen, dass der Typ da runtergefallen ist. Was? Ha, Blindfire, Freunde. Ich komme hier nicht lang. Ist ja minderwertig. Oh, MTA. Die heben wir mal auf. Kurz mal alles abscannen. War nix hier. Hä? Was? Oh, Gott. Da brennt es. Und ich kriege an der anderen Seite vom Baum Schaden. Jetzt kriege ich Schaden, weil es hier so ein bisschen Feuerschinn ist, oder was? Ist ja heftig. Wo muss ich denn hin? Ich habe ja auch kein Ziel. Gibt es eine Karte? Gibt es eine Karte? Sich die Trümmer untersuchen, oder wie? Na, hier ist aber nix. Toll, Feuer. Fick dich. Ist ich hier runter, oder was? Einfach mal runterjumpen. Glaube ich kaum. Komisch, komisch, komisch. Ich gehe einfach mal hier wieder hin. Gucken, vielleicht ist hier ja noch irgendwo einer. Aber ich glaube ja nicht. Ich bin da eindeutig dem Weg gefolgt. Hier war ich doch eben auch. Wenn ich jetzt einfach den Weg runtergehen würde, dem Weg also folgen würde, komme ich zu dem ganzen Trümmerhaufen. Wo nichts anderes mehr ist. Aber da durchgehen kann ich ja auch nicht. Hier ist noch ein Weg. Aber ich glaube, der führt auch nur außen rum. Ja. Der führt nur außen rum. Komisch. Wo muss ich da hin? Hier geht es wieder mitten rein. Hier geht es lang. Aber der rennt ein bisschen langsam, oder? Da vorne sind blaue Punkte. Ah, Elias. Jawohl. Jawohl. Haben wir alle? Dann mache ich jetzt kurz einen Cut. Das war ja jetzt eher eine ruhige Mission. Gucken wir mal. Wahrscheinlich, so wie ich Call of Duty kenne, wird im nächsten Teil dann wieder irgendwas richtig Großes explodieren. Gucken wir mal. Bis dahin und bewerten nicht vergessen. Haut rein!